Welches Smartphone unter 400 Euro hat die Nase vorne? Wir vergleichen das Edge 40 Neo mit dem A54. Hallo, ich bin Stefan von Brodoss. Und ich bin Markus von Brodoss. Markus, was hast du denn heute mitgebracht? Das Edge 40 Neo von Motorola und das Samsung Galaxy A54. Jawohl. Und wir haben es eingangs schon gesagt, die haben was relativ Ähnliches, nämlich den Preis. Was denn? Nehmen wir gleich mal vorweg. Also so um die 400 Euro, würde ich sagen, Mittelklasse. Also, dann lass uns mal reinschauen. Wenn man sich die beiden Produkte so im ersten Eindruck mal vergleicht, dann ist optisch, muss ich sagen, schon ein deutlicher Unterschied. Das Motorola hier schaut deutlich schmäler aus. Ich würde jetzt auch wetten, das hat ein kleineres Display. Da kommen wir gleich dazu. Und insgesamt liegt es ein bisschen besser in der Hand, weil es abgerundeter ist. Auf der Rückseite hat es hier dieses vegane Leder. Und bei Samsung kennt man einfach die Detailensprache auch vom S23 mit ein bisschen kantiger und hier den prominenten Kameras auf der Rückseite. Aber lass uns vielleicht gleich mal zur Displaygröße kommen. Da bin ich ganz gespannt. Genau, da hat das Motorola tatsächlich die Nase vor. Nein. Tatsächlich, ja. Hätte mich jetzt getäuscht. Ja, mit 6,55 Zoll und ein P-OLED-Display mit 144 Hertz, also wirklich auch schnell. Und das Samsung hat eine 6,4 Zoll mit 120 Hertz am OLED-Display. Okay, also hätte mich jetzt tatsächlich getäuscht. Also das Motorola-Display sogar noch einen Tacken größer. Dann lass uns vielleicht mal auf der Vorderseite gleich bei den Kameras bleiben. Was gibt es da für einen Unterschied bei der Frontkamera? Die Frontkamera sind beide gleich 32 Megapixel. Okay. Ja, auf der Rückseite sieht man also den Unterschied schon sehr deutlich. Hier haben wir beim Motorola eine Dual-Cam und hier eine Triple-Cam. Wie sind denn da die Unterschiede? Also die Hauptkamera ist gleich mit 50 Megapixel. Dann haben wir eine 13 Megapixel-Ultraweitwinkelkamera beim Motorola. Eine 12 Megapixel-Weitwinkelkamera beim Samsung. Und da hat der Samsung auch noch die 5 Megapixel-Makro-Kamera. Okay, also da würde ich sagen, liegt das Samsung etwas vorne. Und dann sind beide, obwohl sie so kompakt gebaut sind, beide IP-zertifiziert. Gibt es denn da Unterschiede? Ja, auch ein bisschen überraschend für mich gewesen. IP68 tatsächlich beim Motorola und IP67 beim Samsung. Okay, also auch da nochmal der Neurose-Unterschied. Dann lass uns vielleicht mal gucken, was die Produkte so antreibt. Also was haben wir denn für Chipset an Bord? Also das Motorola hat einen Mediatek, der ManCity 7030. Und das Samsung einen Exynos 1380. Also da würde ich sagen, hat das Samsung ganz leicht die Nase vor von der Performance her. Ganz leicht die Nase vor. Kommen beide mit Android 13. 14 ist ja schon draußen. Haben wir jetzt irgendwie bei den Google Pixel 8 gesehen. Wird also auch als Update bei den anderen Herstellern bald kommen. Aber in dem Zusammenhang ist die Frage natürlich, wie viele US-Upgrades sagt welcher Hersteller zu und wie viele Security-Updates? Ja, also bei Motorola haben wir drei Jahre Sicherheits-Updates garantiert und zwei US-Updates. Okay. Und das Samsung hat fünf Jahre Sicherheits-Updates und sogar vier US-Updates. Okay, wow. Also das ist wirklich ein deutlicher Unterschied. Da bin ich gespannt, wie ihr das jetzt kommentiert. Aus Security, aber auch als Nachhaltigkeitsperspektive ist das natürlich nicht unwichtig, wie lange man so ein Gerät updaten kann. Hinterlasst es mal in den Kommentaren, da werden wir fleißig mitlesen. Dann ist auch der Akku ja immer ein Thema, Markus. Da sind sie wahrscheinlich beide relativ ähnlich. Ja, beide gleich 5000 mAh. Genau. Aber so ein Akku ist ja dann über die Zeit auch mal schnell leer. Wissen wir ja, wenn wir es benutzen. Und dann ist die Frage, wie schnell ist er denn wieder voll? Es haben beide eine Schnellladefunktion, aber mit einem deutlichen Unterschied. Richtig, ja. Und da ist das Motorola wirklich mit Abstand deutlich besser mit 68 Watt Schnellladefunktion im Vergleich zu 25 Watt. Okay, also da ist davon auszugehen, dass man relativ schnell wieder Power hat. Und vermutlich lassen sich die Akkus dann auch beide Kabel losladen, Markus. Das geht leider nicht bei beiden. Bei beiden. Dann lass uns mal über den Speicher sprechen. Da, glaube ich, gibt es auch nochmal einen deutlichen Unterschied. Ja, genau. Da sind wir bei Motorola. Da haben wir einen sagenhaften 12 GB Arbeitsspeicher, was wirklich üppig ist. Und 256 GB Speicher an Bord. Okay, und die sind dann noch erweiterbar mit einer Speicherkarte? Bei Motorola nicht. Beim Samsung schon. Da können wir bis zu einen Terabyte erweiteren beim Samsung. Und der Samsung hat im Übrigen 8 GB Arbeitsspeicher und 128 in der Variante. Das gibt es aber auch noch mit 266. Also gibt es in zwei Varianten, aber wir wollen ja gleich zum Preis nochmal kommen. Und dann vergleichen wir tatsächlich hier die 828 mit dem Motorola. Nachdem das Samsung ja einen erweiterbaren Speicher hat, Markus, zwängt sich natürlich die Frage auf, ist es dann trotzdem noch ein echtes Dual-SIM oder ist es ein Hybrid-Slot? Wie du schon richtig sagst, es ist ein Hybrid-Slot. Genau, und das Motorola, das hat einen Dual-SIM mit einer integrierten ESE. Okay, also auch da leichte Unterschiede. Und NFC haben sie beide. Face Unlock vermutlich auch und Fingerabdrucksensor. Dann gibt es vielleicht nochmal im Lieferumfang einen zentralen Unterschied. Da ist nämlich bei dem Motorola noch ein Case dabei von Good, also ein besonders aus Pflanzen gemachtes und besonders einfach recycelbares Produkt. Es ist auch der Netzstecker dabei. Den Preis haben wir ja ganz zu Beginn schon mal angeteast. Markus, was muss der Kunde denn anlegen für die Produkte? Liegen beide bei 385. Ja, und dann sind wir ganz gespannt, wie eure Meinung ausfällt, kommentiert. Seid ihr fürs Motorola oder seid ihr fürs Samsung? Sind wir ganz gespannt. Und dann natürlich Kanal abonnieren und Glocke setzen nicht vergessen, weil Markus bestimmt wieder coole neue Produkte mitbringt.